Jetzt ist da eine Tür. Okay, jetzt ist... Ich komme hier nicht mehr raus. Oma? Ich habe deine Linsensuppe immer gemacht. Ich weiß, ich esse nur noch Büchsenlinsensuppen, aber... An sich war es toll. Wie kriege ich die... Man muss doch bloß diesen einen Karton da wegschieben. Dann kannst du den... Komm, wir gehen weiter. Du hast wahrscheinlich auch ein Brecheisen dafür oder irgendeine Hebelbank oder was weiß ich. Was? Flachmann mit... Ausrüsten. Ausrüsten. Oh jo. Das ist ein Sturmi, Leute. Die nächste Frage hält das ewig, ne? Oh ja. Das mag ich am liebsten. Oh, ich glaube, die Katze hat Hunger. Äh, warte mal, wir brauchen doch... Ich räume mal wieder auf, ne? Brauchen wir nicht. War nix. War nix. Brauchen wir nicht mehr? Kann ich gar nicht wegmachen. Die Schlüssel-Elemente... Wegwerfen... Die ging gar nicht weg, alles klar. Ja, der eiskalt, alles. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, ne? Er speichert alle. Na gut, das hätte man mal eher machen sollen, ne? Das ist wie mit dem E-Mail-Postfach. Wenn du es am Anfang nicht machst, machst du es nie. Ali wird es kurz herkommen, alles sinnlos in Entfernung. Ich gebe mir so lange noch einen Kaffee. Okay, gut. Ich glaube, ich habe alles sinnlos in Entfernung. Davon konnte man ein Bild machen... Ach ja, stimmt. Kommt's ja gut durch. Oh, wir sind recht weit, du. Wir sind echt richtig weit. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo ich keinen Bock hab. Ey, warte mal. Wo geht's denn da hin? Wie tief muss ich denn? Es waren aber vor allem liegen da Fotos, ne? Ach, gleich mit der anderen Seite. Ach, keine Ahnung. Es ist wieder Wasser. Ja gut, das kann aber auch von dem... israelischen Winter-Diger sein, ne? Also das... Da hat mir jemand das Feuerzeug ausgepustet. Der Handprinz hat gestoppt. In den Nehberbrüchern... Aaaaaah! Morin, Topsy-Done, ich grüße dich. Okay. Ah, warte mal. Einmal rechts. Einmal rechts. Fünfmal links war es, ne? Einmal rechts. Wie geht das denn immer aus, Mann? Wie macht denn sowas? Das rote Bild, was wir... Das haben wir fotografiert. Rote, rote Sammelgegenstände gefunden. Was ist denn das für ein Sammelgegenstand? Das Bild ist halt komplett rot. Das ist ein Sammelgegenstand. Richtig kreativ. Das wäre auch eine gute Nahkampfhafe gegen Dämon. Rote Sammelgegenstand. Letz' mal sagen. Ah, geht eh gleich wieder aus. So, zack. Okay, das war nicht... Einmal rechts, äh... Fünfmal links, ne? Und sonst, Topsy-Done. Alles gut bei dir? Selber Schuld, wenn du grad hier reinkommst. Guck mal, wir können sogar rennen. Wir können rennen. Ich renne mal, ne? Ist ja ein Speedrun. Das sieht mir aber ganz danach... Ganz danach aus, ne? Als wäre es das. Was, Karl? Okay, sch... Hängebrust-Oma. Karl, die schreit hier vor mir, Alter. Ich spiel das doch, nicht du. Das war die Hängebrust-Oma, Leute. Schade. Wollen wir nix. Von rechts. Aber gut gemacht. Einmal rechts. Fünfmal links. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Moment. Oh, da war es er, ne? Ne. Das ist Holz. Und noch ein letztes Mal theoretisch links. So. Und fünf links. Moment. Mach es selber nochmal raus. Dann hat es dezent gehört, dass du dich erschrocken hast. Das ist nicht die Lösung, Leute. Da ist, glaube ich, die Oma. Ich habe sie gehört. Wollen wir da hin? Ich habe die Oma hier gehört. Ich gehe mal da hin. Ist doch dumm, so Oma zu gehen, aber komm. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Okay, warte mal. Wir gehen immer links. Und laufen auf der Seite von der Absperrung vorbei. Gehen wir einmal rechts. Komm hier mal. Ich gehe mal auf der Seite. Ich gehe mal schneller aus, du. In the early morning. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Aber nur noch, dass einmal rechts und, äh, 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 einmal rechts und fünfmal links in Erinnerung. Aber, weißt du, dass wir in dem rechts und, äh, das stand mal irgendwo drauf. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Warte mal. Sie war jetzt dort. Müssen wir immer dahin gehen, wo sie ist? Oder müssen wir... Warum weißt du das noch? Weil ich mir alles gemerkt habe. Wolfi hat doch gerade schon festgestellt. Ich bin das Brain, wenn wir was bauen. Und ich habe die handwerkliche Kunst. Gehe hier mal nach. Aber, selbst wenn es das ist, verstehe ich es halt nicht. Oh Mann, scheulich. Warte mal, wir hören jetzt, worum er ist. Aber das rechts, das weiß ich nämlich noch, das rechts wurde mit einer vier drinnen geschrieben. Oder war das eine sechs? Vier oder eine sechs? Ja, Oma? Ja, Oma? Kam gerade von da, ne? Oh, da würde ich ja wieder zurückgehen. Die Mädchen, du spielst das Spiel und heißt Luca. Also ich heiße nicht Luca, aber... Ich heiße Luca. Warte mal, wenn wir hier immer nachgehen. Das Luca kam jetzt von hier, ne? Ach so, wenn man selber Luca heißt und das Spiel spielt... Ah, jetzt. Na klar. Kali ist das Brain. Wie gerade geklärt. Ja, jetzt gehe ich ja zurück. Oma, gib mir mal Tipps. Wie wäre es, wenn wir ohne Licht das machen? Viel zu dunkel, sehe ich nichts. Scheint schon besser so bei der hängetitten Oma. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich probiere jetzt nochmal... Einmal rechts, viermal, äh, viermal links. Äh, fünfmal links. Ich würde auch gerne probieren. Ich weiß nicht mehr, ob es... Vier oder sechsmal. Das Rechts wurde mit einer... Warte mal, rechts. Ne, es heißt ja right, ne? Was ist mit einer vier? Mit einer fünf? Nein, sechs. Warte, mit irgendeiner Zahl geschrieben. Probier das jetzt, Leute. Luca, holololol. Du wirst langsam langweilig... Die Scheiße geht nicht auf, ja. Sag mal, Oma, hast du eigentlich nichts anderes zu tun, als das hier? Nach links. Hab dich! Wo ist sie? 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 Oma? Ich hab dich gesehen. Deine Brust schläft zwei Meter hinterher. Okay, ich glaub, sie zeigte uns den Weg, ne? Und da ging es nicht lang. Weiß, da lang. Und wo genau sind wir jetzt gekommen? Oh nein. Warte mal, ich hör mal auf das, was sie sagt. Ah, jetzt bin ich an der Stelle. Einmal rechts, jetzt links. 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 Da war doch der Ausgang. What? Da ist doch der Ausgang, Leute. Ich weiß nicht, wo euer Problem ist. Jetzt mal im Ernst. Warte mal. Warte mal. Ich darf mit dir. Warte mal, sind wir hier reingegangen? Geil. Geil. Also, das hat sich gelohnt. Ich glaub, jetzt sind wir gleich beim Priester in der Kirche, oder? In der Kathedrale. Au, ihr habt die Hände auf den Tisch gestoßen. Der arme Tisch, Mann. Wie lange der wedeln muss, immer. Oh. Cool. Ja, Leute, wir haben es geschafft, ne? Das Spiel durchgespielt, einfach. Ich hab' erschreckt. Nein, nein. Kali erschreckt sich eigentlich nicht. Die hat so einen Tick. Die haut immer mal zwischen euch hier und hinten auf den Tisch. Aber langsam hab ich hier das Gefühl, dass uns, äh, auch mal hilft, oder? Hilft uns, Oma? Ist Oma ne Liebe? Ich hasse. Alter, Alter, du, was du grad alles erlebt hast und du sagst mir jetzt, dass du Friedhöfe hast. Das ist doch jetzt dein geringstes Problem, oder? Ja gut, hier haben wir auf jeden Fall, äh, Alexis, die Stefano. Kommt mir die ganzen, äh, Founder, weißt du? Jonathan Lee. We will miss you, John. Two Swan Dudes. Haben wir gerade Credits hier, oder was? Theo Vincent. Sind das Founder, die das Projekt supportet haben? Anthony Crystal Lane. Peach Meister. Das sind Founder, ne? Die alle schon purzeln. Haben zehn Leute unterstützt das Projekt.